Hallo, freut mich, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Ich bin's Janemann und ihr seht mich gerade bei meiner alltäglichen Beschäftigung am Montag. Ich meine, es ist Montag, nix zu tun, also sitze ich einfach. Ich sitze hier rum und denke mir, ach, ist das schön zu sitzen. Es wäre noch viel schöner, wenn ich die Lehne etwas weiter nach hinten stellen könnte. Oh, 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 ja, ich bin der Boss, du, das mag ich, Digga. Geil, schau mich an, ich bin so toll und jetzt erstmal entspannen. Oh, Digga, oh, geil, ist das geil, du. Ich bin der Boss. Hallöchen und grüß euch, ich bin's wieder, der Janemann, heute mit einem neuen Video für euch. Und ich denke, dieses Thema, das interessiert jeden da draußen, der GTA spielt oder auch einfach Beine hat. Und zwar ist es das Sitzen. Umfassende Studien der Janemänner haben ergeben, dass es überhaupt nicht möglich ist zu sitzen. Zumindest in GTA. Ich meine, was soll denn das bitte? Warum kann man sich denn nicht hinsetzen auf normale Bänke? Leute, ich denke, jeder von uns kennt dieses Gefühl, welches sich einstellt, wenn man etwas zu lange gelaufen ist. Dieses Grundgefühl der Erschöpfung. Widerlich. Bleh! Da kriege ich gleich einen Spuckreiz, wenn ich daran denke. Eure Füße fordern einfach euch auf. Ne, jetzt ist Schluss. Setzt euch bitte hin, Janemann. Es ist natürlich sehr, sehr cool, wenn man dann sitzt. Das ist das beste Gefühl auf der Welt. Jeder, der dieses Gefühl kennt, der kann auf alle Fälle mal jetzt schon mal einen Like da lassen. Aber ich möchte ja nicht betteln. Leute, ihr könnt euch jetzt einfach mal vergewissern, es ist nicht machbar, sich in GTA online hinzusetzen. Was hören meine Janemenschen-Lauscher denn da? Ohren aufgesperrt. Wir schicken unseren Akkunder Franklin los. Er macht sich auf die Suche nach dem perfekten Stuhl für die Janemenschen-Gemüter da draußen. Und wir werden etwas Verblüffendes feststellen an diesem mystischen Ort. Wir haben uns auf den Weg gemacht, frohen Mutes und... Was? Was zur Hölle? Sehen meine Klubscher denn da? Sind das Stühle? Tatsache, es sind Stühle. Juhu, endlich sitzen. Ja, juppiduppidu. Okay, kommen wir runter und denken klar nach. Woran denkt man als allererstes, wenn man Stühle auf einem gottverdammten verlassenen Dach ohne jeglichen Zugang sieht? Ganz genau. Ob man sich hinsetzen kann auf diese Stühle, um Päuschen zu machen nach diesem anstrengenden Weg nach oben und... Nein. Nein, was machen wir denn da? Was ist denn los, Mann? Warum schubst der die Stühle vom Dach und setzt sich nicht einfach auf die Stühle? Was wird das denn für ein Chaos? Und da... Nein, jetzt sind wir noch hingefallen. Das war aber knapp. Bein einen Einlauf verpasst bekommen. Aber warum kann ich mich hier nicht hinsetzen, Mann? Willst du stressen, ey? Aber die Stühle sind ja auch völlig kaputt. Vielleicht will er sich deshalb nicht hinsetzen, oder? Hm. Muss ich ihm erstmal an den Kopf fassen und nachdenken. Wir packen das an und reparieren es. Wir finden einen Weg, alles wieder in Ordnung zu bringen, Janne, Mann. Hey, ihr. Ihr da hinten. Was? Ihr könnt ja sitzen, Mann. Wie macht ihr das denn? Ist ja cool. Oh mein Gott. Genau das brauche ich. Ich will mich auch einfach hinsetzen können. Wenn es so anstrengend ist. Warum können wir das nicht machen? Ich meine... Oh. Was machst du denn da? Oh, oh, oh. Sorry, sorry. Ich will keinen Stress. Ich will keinen Stress, Mann. Komm, komm, komm. Komm runter. Ich will keinen Stress, ey. Hallo. Ich will nur wissen, wie man sitzen kann. Ey, ey. Fass mich nicht an, Mann. Was soll denn das? Zwei auf eines, Feige. Wow. Hier muss man sich ja echt nach oben verkriechen, bei euch aggressiven Boys. Ey. Meine Güte. Ihr könnt zum Glück nicht hochklettern, aber... Aber dafür kann ich nicht sitzen. Na klar. Ich kann in Autos sitzen, in einem Flugzeug und in Helikoptern sitzen. Ich kann zu Hause auf meinem Sofa sitzen. Sogar in der Achterbahn kann ich sitzen. Ja, ja. Und im Whirlpool. Das ist ziemlich angenehm, aber... Warum kann ich nicht auf der Bank sitzen? Hey, fass mich nicht an. Ich wollte dich fragen, wie du das machst. Guck, ich stehe hier und kann mich nicht hinsetzen. Wie kommt das an? Wie kommt... Oh. 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 Ich kann nur lehnen. Ich kann mich höchstenfalls anlehnen. Mehr kann ich nicht. Mehr kann ich einfach nicht. Ja, Leute. Ich weiß doch wieder, was ihr euch denkt. Ihr denkt euch, der Kerl hat wieder keinen Einfall, was er als nächstes hochladen soll. Deshalb kommt so eine Scheiße hier einfach hoch. Aber nein. Dem ist nicht so. Es ist wirklich eine deep Message dahinter. Es soll etwas übermitteln. Und zwar möchte ich auf die Gleichberechtigung aufmerksam machen. Ich meine, es kann nur nicht wahr sein, dass die NPCs mehr Rechte haben als alle anderen GTA-Online-Spieler, oder... Ich verstehe es nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Ich meine, die anderen Männer und die anderen Frauen sind mindestens genauso toll wie so ein lächerlicher, abhärmlicher NPC, der immer gleich auf Brügel geht, Mann. Ja, ansonsten würde ich euch einfach nur gerne bitten, falls ihr mit mir hier übereinstimmt und an der Petition teilnehmt, dass wir für das Recht des Sitzens kämpfen, alle, Mann. Dann wählt mich bei den nächsten Landtagswahlen, Leute. Ja, 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 ja. Ohne Witz, wenn es euch überzeugt hat, dieses Thema, dann lasst einfach ein Däumchen nach oben da, oder? Ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich meine, das ist doch mal was, was im nächsten Update dabei sein kann. Damit wird das Update auf alle Fälle nicht so langweilig sein wie die letzten Updates. Ihr werdet damit doch lange sparsam. Und es ist eine Neuerung, die uns wirklich weiter nach vorne bringt in der Gleichberechtigung. Und GTA Online, denke ich mal, auch einen Tick attraktiver macht, weil es wieder etwas realistischer wird. Ich meine, wo kann man sich denn nicht bitte auf die Menge setzen? Was ist denn da los? Na gut, Leute, das war es jedenfalls beim Video. Bevor wir uns weiter aufregen, sehen wir uns doch einfach im nächsten Video. Hebe ich mir die Energie fürs nächste Video auf, genau, dann können wir da mal regelmäßiger Videos kommen. Was ist denn da los mit dir? Was ist denn da los mit dir? Brauchst du Prügel? Brauchst du Prügel? Yo, 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 bis dahin. Euer Janemann, check it out. Bin ich rot?